Ja, und weiter geht's, Leute, mit Enslaved. Okidoki. Das heißt, wir müssen uns da einen höher gelegeren Punkt suchen, um das Ding auszuschalten. Wie kommen wir da hoch? Ah. Na komm her, Schatz. Hier, von hier oben kann ich auf die Barrikade schießen. Dann auch drauf. Monkey. Aber vor lauter Schießerei geht uns da bald die Mund einmal aus. Oh nein, nein. Ich kann niemanden finden. Trap! Du kannst schreien, so viel du willst. Frauen hören halt nicht immer. Oha. 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 Bevor wir einen Trick auslösen, bewegen wir uns keinen Zentimeter, gell? Ja, dachte ich doch. Ja. Ah. Fuck jetzt, hab ich... Oha. Fuck jetzt, kommt raus. Ah. Ah. Haha, seht ihr euch da? Die werden auch immer zäher, die Jungs Also wir kamen von hier Und Haben das Was wir sammeln konnten Gesammelt, gut So Da ist noch nicht Wo geht's denn da weiter jetzt? Aha Munition brauchen wir, Leute Munition, Munition Oh oh Das wird ein Straßenkampf Ja, das war ja klar Es kommt alles wieder in Ordnung Trepp, helst du mich? Beste Beste Oh. Komm, Monkey. Jawohl. Genau da, wo du bist. Ich komm dich holen. Ich komm da, wo du bist. Triff, hör doch, komm wieder zu dir. Maschinengewehr, McCubbie, du kannst mich auch mal. So, und ihr Jungs da unten. Wo ist es hier? Leute, Leute, das ist ein bisschen verzwickt hier. Da sind noch ein paar. Oh, ich höre sie nämlich scannen. Ah, da oben. Oh, oh. Ich glaube, die müssen mir einlachen. Ja. Drei Stück, hör ich. Fuck. Schon wieder mundvergeudet. Das gibt's doch nicht. Ah. Sorry, Leute. Komm mal. Ich hole halt hier mal alles, was zu holen ist, ausfährt. Da ist Putangas und so Zeug. Wird das auch in die Luft jagen können? Höchstwahrscheinlich. Also durch die automatische Kamerasteuerung kriege ich ein wenig den Drehwurm hier. Die richtet sich immer ein, wenn ich gerade auf irgendwas fokussieren möchte. Ich glaube, das Level wäre kurzerhand einmal abgeschlossen. Und da müssen wir dann weiter, klar. Aber wir machen noch einen kurzen Rundumgang. Da oben gibt's noch einiges. Komm, wieder rauf. Ja, klar. Komm. Und wir können auch nicht upgraden. Das ist vielleicht fies. Da kommen wir ja eher wohl. Also, Leute. Ich glaube, wir machen hier einen kurzen Schnitt und sehen uns dann gleich wieder. Wenn es da heißt, Leute, wir wollen Trippitaka suchen, finden und befreien. Bis dann, euer Tozo. Entschuldigung, noch ein kleiner Zusatz. Da hinten irgendwo versteckt auf der linken Seite gibt's ein Haluzi-Ding. Das machen wir auch gleich mit. Und haben Bekanntschaft mit einem Mannersmann gemacht. Okay, Leute. Bis gleich. Tschüss.